So, willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Modern Warfare. Falls dir der Content gefällt, drückt doch einfach auf Abonnieren und lasst ein Like da. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Bald jetzt Einsatzschildsrevolver, ne? Möchtest du was? Das hier? Hab einen. Ich hab B geerobert. Oh nicht. Oh, du reichst. Lass auf, lass auf, lass auf. Ja, los, lass los. Okay, sei gerettet. Ich komme rum. Der ist bei mir und der hat mich gewone-hitted. Happy, 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 happy. Warte, die geht aber nicht. Hier ist einer auf C, hier ist einer auf C. Er hat man one-hitted. Da ist doch einer am Auto. Am Brennen am Auto. Ich hab grad getötet. Alles gut, Jake. Ich bin da aufs Kiel. Oh, in der Endsequenz, wo man in Zeitlobes ist, hab ich sogar noch wen gekillt, ne? Wird's bad. Oh, bester Spielzug. Was ist das? Ich muss an die andere Tür campen. Die? An der Tür? Genau, genau. Das ist zu viel, zu viel. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist gut. Kann jeder eine Ecke abcampen? Das ist einfach die Strat, Mann. Wir sitzen jetzt hier die... Come to Game-Bouse. Wir sitzen jetzt hier einfach das ganze Game. Nichts passiert. Aber egal. Ich bin hier weg. Das ist meine Position. Wie? Der hat auch noch eins da stehen. Ja, Mann. Wir sind einfach... Guck mal in den Tunnel. Guck mal in den Tunnel. Schau mal. Lass mich rein. Ich schlag auf alles ein, was durchkommt. Ich schlag auf alles ein, was durchkommt. Da kommen wir durch Tunnel. Tunnel 2, 2, 2, 2, 2. Ab 1. Ab 1. Ah, du f***ing stupid. Oh, das ist so dumm, die Animation. Da ist einer, da ist einer. Ernst? Oh, ich hab ne... Oh, voll Strecker. Hast du das gesehen? Ja, hab ich. What the f***? Bist du tot? Nee. Das ist die Animation, kennst du nicht? Nee, ich hab auch genug. Tunnel ist auch noch einer. Okay. Muss aufpassen. Pass auf. Pass auf. Oh, das ist tot. Tunnel. 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 Ne, ne. Ich unterhalt mich mit dem. Ich hab den Kopf geschüttet und der läuft weg. Junge, der ist eigentlich auf unserer Seite. vergelt und dass das noch einer mit dem einsatzgegner waffen der witz war auf dem einsatzschild hab ein ich hab den ich hab den meister höchstpersönlich echt bitte ich habe danach noch zwei gekillt die hat reingestürmt sind weil halt zu ende war doch das zählt noch wie gut weißt du was ich jetzt fett rein schreibe drei die letzten zwei kids haben gar nicht mehr gezählt man die warum waren die trotzdem hier kann man nicht schließen hab ihn alles gut ich bin tot bist du tot hab ihn oh ich hab kein weg bekommen hab ihn oh was ein teamplay insane move 500 iq oh my god habe habe noch ein aber hinter mir war noch eine junge ich mache kids aber es war zumindest also ich habe fünf kids mit dem einsatzschild gemacht dass du schon mal er kommt zu dir wieder nice junge das war ich weiß aber das ist immer so du musst halt wirklich schon defensiv dahin gucken aber brauchst du hilfe hab ihn hab die fake einsatzschild noobs da ist unser mate hier auch mit einsatzschild hab noch ein hier ist noch eine noch eine noch eine noch eine ne ne hab ihn als ob ich mein einsatzschild oben und die kann mir nichts macht die tür auf macht die tür auf bitte ach ne ich bin ach ne ich bin ich mach den nicht von alleine auf mach die tür wieder zu mach die tür wieder zu mach die tür wieder zu wo ist mein einsatzschild ich warte auf dich ne er versucht mich einfach durch die tür zu wallbanken ich hab ihn oh mein gott nein äh im fucking sorry aber nicht nicht mich töten du musst du musst du musst meine meine panik verstehen ich hatte aus versehen seine waffe aufgesammelt und mein einsatzschild war auch weg ich stehe jetzt ich stehe jetzt ich stehe jetzt so weit in der eggnix geht weil molotov ultra geil ist der kommt einer 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 die verschwinden die scheißen molotov auf mich ah hab ihn hey bro der hätte nicht mehr so schnell reagieren können wie ich ihn gekehnte wieher ich denn hier reinkommen auch haben die schon 316 auf mich geworfen guck es ja wie der alter jungen mal das gebäude sind feiern da ist einer da ist einer da kommt zu dir da kommt zu dir nice oooh das ist die beste strat die wir jemals gemacht haben ich wollte die kill ich hab den ich hab den ich hab ein double gemacht da ist einer da ist einer da ist einer da ist einer vergehen einfach hab ihn nice ich sollte vielleicht nicht in dein Ding einlaufen slow but steady da hinten ist er da hinten ist er hier rechts hier rechts hier rechts hier rechts hier rechts nice da ganz links da links den musste ich mit der piste gehen das war jetzt pflicht sind eine schildkröte langsam aber sicher ich schieße eine rocket launcher auf mich kann dann dass hier gleich einer kommt bei mir der kommt zu dir du kommst du dir das war richtig gut ich komme durch tanne der ist noch ein was ein stupido du hast uns mit von uns gestorben dass wir ein bisschen aufpassen tunne 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 mein mait hat mich gekillt mein mait er ist einfach auf mich gesprintet ich muss ja erstmal nah genug rein noch gekillt mit dem termin mit dem 8 kids wie hast du zwölf kids hingekriegt